Als ich letztes Jahr in Bad Habarz war und die überragende Fußballzeitreise vor Ort sehen konnte, war ich total begeistert, was Marcel und seine Truppe da auf die Beine gestellt hat. Ich finde es auch schön, dass es immer mehr Interessenten gibt, viele Klicks im Internet, dass auch der soziale Aspekt bei der ganzen Geschichte eine Rolle spielt. Und deswegen bin ich auch sehr stolz, die Ehrenmitgliedschaft zu haben, mit dieser wunderbaren Nadel hier, die ist euch super gelungen. Vielen Dank nochmal dafür und werde auch du Mitglied, denn es lohnt sich. Es ist sehr, sehr spannend und auch die Weiterentwicklung zu verfolgen mit einfach Fußball und Fußballhistorie pur. Ganz liebe Grüße nach Tabarz und alles, alles Gute. Bis dann, euer Hansi Müller.